Mein Name ist Klaus Pfeiler. Meine Hobbys sind... Wie buchstabieren wir deinen Namen? Wie die Pfeiler, nur mit Erd. Und ich programmiere Typo 3. Ja. Backend. Frontend nicht. Frontend eigentlich nicht, nur im Notfall. Meine Hobbys sind Radfahren, Radfahren und Radfahren. Okay, und in welcher Reihenfolge? Zuerst Radfahren, dann Radfahren und am Schluss Radfahren. Aber ich glaube eher Mountainbiken, oder? Ja, das ist auch Radfahren. Aber das ist ja das wildere Radfahren. Naja, man kann mit Rennradl mitfahren. Abschlussfrage, wie lange warst du bei der 20-Jahres-Feier? Bis am Schluss. Und wie hat es dir gefallen? War okay. Wie haben dir die Leberkiss-Semmeln geschmeckt? Perfekt. Und es war schön leicht. Wie viel hast du gegessen? Ich habe drei gegessen. Wie viel hast du gegessen? Ich glaube sicher zehn. Ah ja, doch. War ja eine kleine Leberkiss. Ich hätte es kaum gesehen. War ja eine kleine Leberkiss-Anderspary. Vielen Dank.